auch da oben am abkotzen ist mehr weil du das geschlagen hast wird das hat mich gerade runtergeworfen bauer es heißt weil er sich nicht bei mir schlagt ihr braucht bauer ich dachte sich nicht bei mir muss ich schlagen du bist der meister muss sich züchtigen wenn du nix züchtigen dann musst du mit viel Liebe rangehen viel Liebe ja mit meinem Pfeil mit deinem Pfeil okay keine Schweine vergewaltigen mit deinem Speer nein du musst ein Stück schieben Schieber Barschig schlagen schlagt nicht gleich das nennt man Erziehung alle die haben tatsächlich Titzen unten dran das nennt man ja nicht Titzen, nicht Euter boah mann alter mach mal einer der Schweine was da oben rum Cruise kaputt ja wo nein ich habe runtergekickt das Drecks wir hatten den Schweine oben aufgelassen äh wir sterben mhm warum wegen die sich nicht? sterben ich glaub die Schweine die Leiter hoch einfach mal nen Hit einfach mal nen Hit danke warum bewegt sich das nicht? das sind alle Schweine meins bewegt sich nie sag ich auch mal schlagen Krass? Scheiße kommt der Schweine wir gucken ob das klappt jetzt hier meine Angel ist übrigens gleich kaputt wenn wir ne neuer dann dann ist für mich das Ding ja wo ist das Schwein da lang? ja nein Dreh oh scheiße ja ich hab's drauf geschafft nein ja 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 so ein Megakit oh und können wir mal die Schweine die da oben sind bitte mal wegknallen? das nervt ja wär schon geil wa? wer lässt denn seine Schweine da oben liegen? weißt doch nicht Alter das ist doch abfuck hier kurz gib mir bitte auch ein Diamantischwert das dauert doch mal so lange ja ja nein bitte nicht ach man der kriegt die Kurve nicht da scheiß Schwein da müsste man so versuchen das ist das Schweine da oben ne das ist das fuck hier abfuck alter das ist doch ansonsten nimm's halt weg haben wir nicht hier haben wir hier ne Enderchest? wo läufst du denn hin Schwein? oh alter ey so ich geh mal kurz Schweine töten das ist so scheiße das ist so schrrrrrrr das klappt irgendwie nicht na so nicht AAAAAAAH hier die Schweine hier ist ja gar keins mehr ist keins mehr? vielleicht mal extra Platz gemacht damit ich hier hingehen kann und Schweine töten kann ich mach jetzt nämlich folgendes ich bin jetzt nämlich immer so ganz ganz kurz vorm Ausrasten und äh ach man oder macht die Kurve nicht das ist das mal normal äh zweimal weh und du mir weh zweimal Richtungstastung schafft ne jetzt doch mal work ja man kann auch so durchspunden über uns ich sehe äh was mach ich jetzt aber Mama ich kann mich nicht mal auch hallo Leute hm ich kann die Tür für euch öffnen hey wo bist du denn? Toki wo bist du denn? Toki wo bist du denn? ich bin einfach durchgetritt ohne Schwein höh du kannst ja durchsprinten? höh du kannst ja durchsprinten? ich kann ja nicht mehr auch höh warum ist hier hat doch einer am Block dann weggemacht oder nicht? ja um die Schweine zu töten dass er um ist achso trolalalal äh 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 ja kein Deut jo jo kein Deut come on come on äh mach den Versuch äh ach leck mich doch ach ach fuck das ist doch falsch warte du nigger 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 soll ich jetzt zu mir porten und dann rast ich rein ja wir müssen uns zu dir porten ja dann könnt ihr das jetzt machen ich mir nicht mehr runtergefallen aber pass auf Lukas ja an ihn port nicht er zu uns sonst haben wir verkackt das ist ja doof ja eigentlich port dich auch gleich hinterher Toki oh man kann hier einfach durchrennen also ich sammle mal wieder ein paar Satelliten ich bin hinten bei der Kante vom Zaun bei der linken Kante abgekratzt echt? das ist ärgerlich mhm das ist ärgerlich nigger ist doch mein Schwein irgendwie die Schweine von hier hinten bei den Spawnern laufen die sind superlässig die laufen die laufen wenigstens na komm her Schwein niggerst doch mein Schwein Schwein los lauf warum hast du denn den Block weggemacht? weil das ist ja Toki und hier kann man übrigens auch einfach so durchsprinten immer noch dann fall ich immer da runter nein weil du Bobo bist weil du da mit dem Schwein durch sollst lol dieser leck what the fuck steh ich? leck ich? du leckst like a boss cool hallo lol was denn jetzt? das muss tot ich hab irgendwie meine Möhre verloren und jetzt versuche ich das Schwein hier wieder hochzuziehen komm her du Schwein du voll geil ach mein Gott ey na leckere grad die Welt Leute was machst du denn da schon wieder? warum packst du dich denn immer raus? die hängt ne Truhe draus'n an der Wand das kann nicht anders da hängt ne Truhe draus'n an der Wand ja toll braucht man die hier? heiligas da hängt ne Truhe da oben du bist so ein paar wieder halbomisch ne auch da hey wie kommt man da hin? seht ihr da oben die Löcher? ah ja da oben hängt ne Truhe hm komisch müssen wir da hin oder was? vielleicht ja um äh das ist äh interessant da kommt man nicht hoch oh wie kommt man da nicht hoch aus? hier hier müsste eigentlich nur was zwischen sein weil man kommt hier eigentlich nicht hoch wo kommt man nicht hoch? hier zwischen ach so da man kommt von hier nicht auf den zweiten und von dem dann folge ich und ich auf den das Schwein kann das einfach nicht das kann nur Half-Steps das heißt wieder eine Challenge die einfach mal nicht funktioniert sagst du? ja würde ich mal davon ausgehen Lukas du kannst versuchen ein Schwein einen Block höher laufen zu lassen Lukas ähm warte ne warte ich hab das für dich du setz dich jetzt auf ein Schwein dann geh ich dorthin wo wir hin müssen dann portest du dich zu mir okay? ok vielleicht funktioniert das ja dann so und dann portest du dich dann mit Schwein? das ist ne gute Frage ja das ist ja die Frage also wenn schon wenn ja dann äh ok wir klären jetzt die ganzen Minecraft Mythen die kein Mensch kennt so ich sitz auf dem Schwein mehr oder weniger ok dann komm zu mir was zur Hölle? ich bugge wieder egal teleport mich zu dem da sitz ich auf dem Schwein? du stehst bei mir immer noch da hinten cool ok der teleport klappt einfach what the fuck was denn hier hinten? da musst du durchsprinten weil sonst fliegt in die Lava rein ok aber irgendwie die Tür da hinten wenn du da zu lang rennst dann fällst du da runter und kommst nicht mehr raus öh oh ich zeig's ihm mal tsch 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 leck mir doch die Klöt ne ich sag mal oh da fliege ich schon wieder unter nein ich sag mir überhaupt springen den kack alter Warum bist du denn immer irgendwo, wo es nicht gut ist? Mann. Warte. Oh, lol. Boah, das ist ernsthaft zu mir, die Bauer. So. Also, hier kann ein Schwein nicht hoch. Ne, deswegen überspringen wir den Quatsch ja jetzt. Ja, du fliegst da hinten durch die Seite hin. Ah, leck! Fuck, ja, es hat ja gar nicht geleckt, oder was, ne? Lol. Wiederbeleben, jetzt bin ich wieder hier hinten. Lol, ich bin vor dem... Ah, der ist durchgerannt. So. So. Kann man jetzt bitte, bitte... Warte, wir gehen erstmal drauf, lass das Ding hochspringen. Am besten läuft dann keiner hinter einem, ja? Ach, Alter, es leckt... Leute, das ist nicht so schwer, ihr müsst einfach nicht zu weit rennen. Ja, bei mir leckt das, wenn diese Pistons da hochgehen, das ist der Hammer. Ich bin grade da, wollt euch zu mir porten. Ne, geh, 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 geh. Die Tür geht nicht auf von mir. So, jetzt geht's auf. Äh, oder auch nicht. Alter, wo war's denn? Alter, das ist doch eine Scheiße. Moment, ich komm zu kurz. Äh, nein, da war's so. Ja, ich sponniere dich. It's me, die Endanger is out here. Moment, ich... To-üppich-Pot-Took jetzt auch mal so, das haben wir geschafft. Das hat jeder gesehen. Oh, 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 oh. Ja, das war ja unmöglich mit dem Schwein. Das muss ich zugeben. Ja, die Idee war lustig. Ich fand ich echt nice. Aber, die Umsetzung war echt mal mies. Oh, hier. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich hier runter klatsche. Moment, was ist da? Earth? Fire, Water und Bananas. Ja, ich würd mal sagen, jeder macht eins, oder? Einfach nur Fire. Banan? Jeder macht eins, würd ich sagen. Ja, dann geh ich mal zu... Ja, ich geh, ja. Okay, auf geht's zum Wasser. Wobei ich... Ich brenne! Hier ist erst am Bett. Okay, hier sind überall... Ja, hier sind... Sollen wir das nicht zusammen machen, weil hier sind jeweils drei Betten? Ja. Ah, ich komm hier nicht mal durch. Shit. Stimmt, hast recht, Toki. Komm mal, komm hier nicht mal durch. Komm mal nicht zurück, oder was? Nee, mach mal kurz nachts, sodass wir schlafen können. Ja, ist okay. Kommt nicht zurück. Die ganze Kacketze. Aber das ist doch scheiße, wenn wir das alles einzeln machen, weil dann sehen wir sowieso nur Lukas. Ah, das wird schon passen. Das andere wird ja wohl ähnlich sein. Warte mal, vor allem, ich hab nen Weg gefunden, wie wir zueinander konnten. Ey, jetzt bin ich bei Wasser. Bist du? I'm here to control the Earth power. All you need is fighting chest with fuel. You can put it on the Emirates. Ich bin gerade anscheinend irgendwie gestorben, oder ähnliches. Ah, hallo Lukas. Hallo. Hey, warum bin ich ein Extremsbound? Und wo sind wir überhaupt? Wenn wir das wüssten. Hä? Das sind Dracheneier. What the fuck? Das ist ein scheiß Schnee, Mann. Wo sind wir denn jetzt gestorben? Und ich hab nen Netherbrick bekommen. Lol. Hab ich die jetzt grad abgebaut, oder was? Ja, du hast die eben aktiviert, du Bauer. Achso. Was passiert denn, wenn man die aktiviert? Dann spawnt irgendwo ein Drache. Wir sind im End, Junge. Achso. Lol. Hättest du den nicht spawnen lassen? Ich bau da jetzt wieder was hin. Hä, wie? Alter, waren die Dinger, ja? Achso. Ah, ja, stimmt. Lol. Ups. Bobo. Ah, nein. Nicht gesprungen. Quatsch, ey. Ja, halt dich da oben nicht fest, du Fotzen lecker. Oh, Tuki, wo bist du denn überhaupt schon wieder? Tuki ist auch direkt, ne, der ist direkt vor uns. Äh, hinter uns. Ich dachte schon, ne? Vor euch. Und ich mach das. Wahrscheinlich bei dir. Ach, ich springe auf dem Klappengesicht. Nein, ach, warum springt der denn nicht? Doch, das ist ein Springen. Ja, springt der weite Vogel. Hahaha. Hahaha. Das war ganz einfach das beste. Ja, springt der weite Vogel. So, ich bin drüben. Wir sind wieder mein Karts. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo wir sind. Da waren noch diese Challenges und jetzt sind wir weg, oder was? Sie sind wir jetzt alle? Lass mich mal da irgendwie langfahren da jetzt. Nein, nein, nein. Oh, kurz zu schuldigen. Endlich. So, jetzt. Auf geht's. Ja, was machst du jetzt hier? Schmerzen, ja. Dam, 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 dam. Okay, wir fahren immer weiter hoch und... Ja, was muss ich hier hoch? Was denn jetzt? Ich fahr zurück. Ah, bitte. Ich bin zurück, was kann. Was denn jetzt? Lol. Mama, ich will nicht. Ich hab die Credits. What the fuck? Ja, was machen wir jetzt hier? Ich bin in den Credits. Das kannst du auch keinem andrehen hier. Äh, was machen wir jetzt, hä? Warte mal, warte mal. Wir haben doch gepennt, ne? Mhm. So. Ich bin in den Credits. Flashkill, fertig. Ich sehe den Spieler, wie du meinst. Was? Ja, Moment mal, gerade. Ich guck mal gerade. Melma? Fragezeichen. Ach, das ist jetzt hier so ein Dialog, den sie... Ja, Mann heißt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, genau. Wir können unsere Gedanken erreichen. Ja, anscheinend ist das schon gedacht, so. Das ist nicht wichtig, ob die Dinge sind, dass wir Teil des Spiels sind. Wahnsinn hat das Namen. I like this player. Äh, wo bin ich jetzt überhaupt? It played well. It did not give up. It is reading our thoughts as well. Äh, Alter, ich check das jetzt nicht. Ich bin mit Minecraft gefahren, jetzt häng ich hier irgendwo drin und mach nichts mehr. Ja, da kommt jetzt so Text oder was? Nö, das hör ich auch nicht. Ja, der Text ist ganz langsam. Das ist halt, tschüss in the major world, bla bla bla. Eigentlich, die Story interessiert mich nicht mehr, weil ich die Story halt vom Anfang auch schon überhaupt nicht mehr so wirklich... Hm. Plays it dreamed they flew, bla, and sticks powered by demons. Ah, jetzt schon los. Was ist die Videosequenz oder was? Ja, keine Ahnung, anscheinend. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. Das Einzige, was mich halt grad echt annervt, ist, dass überhaupt gar kein Sound in diesem Ding ist. Also, das bringt mich dazu, nur was zu trinken. Also, wer sich für die Story interessiert, da lesen. Viel Spaß. Okay, äh, ich krieg den Minecraft Abspann. Hm. Äh, weiß ich nicht, ist das der Minecraft Abspann? Ich weiß nicht, ob's der Minecraft Abspann ist. Da steht jedenfalls Minecraft. Duki-Fahrzeichen. Duki? Duki? Ja, der Bauer, genau. Ach, komm! Ich sehe den Spieler, du meinst. Ich sehe, was du da gemacht hast. Das weiß ich nicht, dass wir ihn lieben? Das ist... Mann, ja! Das ist dummer Texte. Kann ich mich irgendwie überspringen? Leer, hast du? Enter? Hey, I like this player. It's played well. Ah, das ist eigentlich... She played well. Wer hat denn da geraucht? It did not give up! Junge! Das dauert voll lang, ey. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Wie wär's, wenn wir einfach mal jetzt die Challenge machen? Ja, ist das denn nicht die Challenge? Nein, wir sind ja dazwischen durchgegangen. Und wir sind runtergefallen. Das war ja bestimmt falsch. Ja, hä? Wir sind runtergefallen? Ja, keine Ahnung. Ich bin gestorben und dann ständig plötzlich neben dir. Your Homebed was missing or Obstruck. Oh, jetzt bin ich unten. Wir sind auch schön Schweinschen mit Satteln. Alter... You've controlled the fire element! Echt? Ja. Steht bei dir? Oder was machst du gerade? Ich bin gerade bei dem Feuerding und hab jetzt zu kontrollen the fire element. Weil ich, weil ich verreckt war. Ja, ich spaw nicht ein Bett! Too strong was... Der hat die Betten bei mir mal wieder so scheiß weggepackt, dass... Jetzt rede ich nach mit irgendeinem Schweinschen hier unten auf der Erde. Also Leute, ich war jetzt... Ich hatte jetzt zufällig nur einen Apfel dabei. Das war alles daran. Tell the player!